Ich muss hier weg. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fägelein sehen. Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Wir sprechen ein andermal darüber. Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Anders kann man das nicht machen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Bringen Sie mir Fägelein! 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 Fägelein!